Herzlich willkommen bei Nicht-Verzagen-Peter-Fragen, benannt nach dieser schönen Figur hier. Heute, hui, mitten im Abi und schon gibt es Fristen. Das ist natürlich eine wichtige Information erstmal für alle diejenigen, die schon ein bestimmtes Studienfach im Auge haben. Die sollten nämlich da auf Zack sein. So, wie kann das denn sein? Ich habe mein Abitur noch nicht und muss mich trotzdem schon bewerben. Was ist da los? Gehen wir mal ein paar Fälle los durch, um zu zeigen, was es da so gibt. Zum einen ist das Interessante, dass es viele private Hochschulen gibt, die andere Bewerbungsfristen als die staatlichen Hochschulen haben. Da ist zum Beispiel die Cato NRW. Das ist die katholische Hochschule in Münster, wo auch schon im Grunde genommen Zehntausende von Sozialarbeitern ausgebildet wurden und die in diesem Fach zum Beispiel sehr beliebt ist. Die haben ganz andere Bewerbungsfristen und da für das Wintersemester zum Beispiel beginnt dann die Bewerbungsfrist am 1.12. und endet im März bzw. Mai 2019. Das heißt, da habt ihr nur noch ein paar Wochen Zeit, euch zu bewerben für je nach Fach. Da müsst ihr gucken. Uni Witten-Herrdecke, das ist auch eine ganz wichtige Uni für alle diejenigen, die Medizin studieren wollen an einer privaten Hochschule. Die haben dann zum Beispiel auch spezielle Auswahlverfahren. Und die Auswahlverfahren sind ein bisschen komplizierter als beim staatlichen System. Und deswegen muss man zum Beispiel für das kommende Wintersemester, musste man sich bis zum 15. Februar bewerben. Das heißt also auch schon wieder zu spät. Ist also nicht unter 15. Juli. Bis dahin muss man sich bewerben für das nächste Sommersemester. 15. Juli normalerweise ja an der staatlichen Uni fürs Wintersemester. So, dann gibt es das Wissen natürlich viele von euch, die sich in dem Bereich auskennen. In dem Bereich Musik, Sport, Kunst, Design oder Architektur gibt es auch spezielle Aufnahmeprüfungen. Ja, dann ist es so, gerade bei Musik, wenn man da sich vorbereitet, ich meine, dann weiß man das sowieso Jahre vorher, dann hat man in der Regel teilgenommen an dem Wettbewerb Jugendmusiziert, ist dann über den Landeswettbewerb in den Bundeswettbewerb gekommen und hat den gewonnen. Und dann kann man sich so am Elch damit befassen, ob man zum Beispiel dann Fagott studiert oder ob man Oboe studiert oder ein anderes Studienfach oder ob man zum Beispiel auch nur für den Lehrberuf diese Sachen lernt, da muss man auch eine Aufnahmeprüfung. Da müsst ihr euch in jedem Fall schon sehr intensiv darum kümmern, damit ihr diese Prüfung nicht verpasst, die sind meist so im Mai, Juni und dann müsst ihr euch auch schon dafür dann vorher anmelden, meist zwei, drei Monate. Das ist übrigens auch im Sport so. Nehmen wir mal zum Beispiel die Uni Oldenburg. Wer an der Uni Oldenburg Sport studieren will, da gibt es dann eben diese Sportaufnahmeprüfungen, die gar nicht so ohne sind. Also wenn ihr dann auf einmal Prüfungen machen müsst im Bodenturm und seid also nicht ganz fit da, kommt da also nicht mit euren Armen aus dem Stand, dann über Kreuz gehockt, mit zwei Saltos um die Ecke, dann müsst ihr das üben. Und da gibt es natürlich auch die ganzen Firmen, die die Leute darauf vorbereiten, auf die Aufnahmeprüfung. Aber da ist der Prüfungstermin vom 14. und 15. Juni an der Uni Oldenburg und da muss man sich angemeldet haben vom 18. März bis 2. Mai. So, Uni Magdeburg zum Beispiel, da geht die Anmeldefrist bis zum 3. Mai 2019. Interessanterweise an der Uni Magdeburg gehen die Uhren anders. Da muss man sich dann bis 23.45 Uhr angemeldet haben. Wer auf die Idee gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wollen sie auf die, die ganz spät Entschlossenen wollen sie auf diese Art und Weise dann, ja der Kameramann lacht auch, dass sie das um 23.45 Uhr beenden. Ich bin auch etwas überrascht darüber. Nein, also wer da nicht pünktlich ist um 23.45 Uhr, der darf an der Uni Magdeburg dann eben nicht an der Eignungsprüfung Stahl nehmen. Kunstakademie Münster, da gibt es auch eine Bewerbungsphase und die muss man sich in der Regel vom 2. bis 10. April persönlich oder postalisch um Schulenglass bewerben. Meist ist das Samstag, Sonntag oder Feiertag. Da gucken die dann immer nach. An der Fachhochschule für Design zum Beispiel musste man sich bis zum 15. März bewerben. Geht also auch nicht mehr. Ihr müsst also jetzt auch gucken, das schränkt natürlich das Angebot ein. Wenn ihr noch Design machen wollt, wo kann ich mich denn überhaupt noch bewerben? Also da müsst ihr schon ein bisschen gucken. Bei Design kommt es ja auch nicht darauf an, dass ihr das Abitur mit 1,2 oder 1,1 habt. Ihr müsst dann Kunst-D1 haben, aber ihr müsst was darstellen und was können. Eine gute Mappe haben eventuell, wenn eine Mappe gefordert ist. Manchmal sind andere Sachen gefordert. Da haben wir übrigens auch ein sehr gutes Interview auf unserer Seite, wie man sich darauf vorbereitet mit dem Dietmar Schmale. Das könnt ihr in dem Kanal Studienberatung sehen. Ich glaube, das Video ist schon 60.000 Mal mittlerweile gesehen, findet vor einem wunderschönen orangenen Karaman statt. Dann ist es natürlich auch so, es gibt auch natürlich dann bei den Bachelorstudiengängen diese Bewerbungsfristen dann so, wenn sie nicht an staatlichen Hochschulen stattfinden oder besondere Fächer wie Kunst, Musik, Architektur und so weiter, wo also die spezielle Begabung getestet wird. Aber bei Masterstudiengängen ist es dann auch wieder von Uni zu Uni unterschiedlich. Da musste ich mich dann oft bewerben bis 1. Mai. So, das betrifft aber nicht euch Abiturienten. So, jetzt das Nächste. Wenn ihr denn schon wisst, dass ihr keine 1,0 bis 1,3 im Abitur wollt und habt dann die Idee, wie rund 4.500 andere Menschen in den Niederlanden ohne Normus Clausus Psychologie zu studieren, dann seid ihr an 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unis zu spät. Denn da musste man sich, die haben ein Auswahlverfahren gemacht, weil letztes Jahr eben so viele Bewerber aus Deutschland da waren, da musste man sich bis zum 15. Januar bewerben. Man hatte dann sehr gute Chancen genommen zu werden. Aber diese Frist ist weg. So, dann gibt es 4 Unis. Rotterdam, Twente, Freie Universität von Amsterdam und Tilburg, wo man sich noch länger bewerben konnte. So, jetzt ist das an den Unis in den Niederlanden so, dass die oftmals die Bewerbungsfrist haben 1. Mai. Oder manche sogar 1. April. Die Uni Twente in Enschwede, die ganz beliebt ist für Leute, so aus Münster oder Osnabrück, die gerne da Psychologie studieren wollten. Da seid ihr dann auch noch zu spät. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr wollt Psychologie studieren, dann bleibt euch im Moment, wenn ihr im Wintersemester anfangen wollt und nicht noch ein soziales Jahr machen wollt oder Work and Travel machen wollt, dann bleibt euch fast nur die Freie Universität Amsterdam. Die findet ihr mit ihrem Angebot Psychologie auf der Webseite www.studieren-in-holland.de. Da könnt ihr ja noch anfangen. Die haben noch Plätze frei. Recherchieren müsst ihr das bei Rotterdam und bei Tilburg. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Es gibt aber auch in den Bezahlstudiengängen in Ungarn zum Beispiel gibt es auch bestimmte Fristen. Viele von euch wollen ja Medizin studieren. Es gibt immer jedes Jahr 30.000, 40.000 Leute, die im Wintersemester anfangen wollen und dann keinen Studienplatz bekommen. Und wenn dann man einen reichen Opa hat oder die Eltern sagen, du, das ist egal, wir zahlen das, wir zahlen Studiengebühren von 20.000 Euro im Jahr, dann kann man natürlich auch im Ausland dann studieren, wie zum Beispiel in Ungarn. So, da ist es aber auch so mittlerweile, dass die auch gar nicht mehr jeden sofort nehmen, sondern ganz genau nach den Fächern schauen. Wenn euch da bestimmte Fächern fehlen, wenn ihr zum Beispiel dann Philosophie, Pädagogik, Englisch und Mathe im Abitur habt oder so und kein Biologie, Chemie oder so etwas, dann müsst ihr da bei denen auch an das sogenannte McDaniels College und müsst in Vorkursen dann Sachen absolvieren, noch ein, zwei Jahre, damit ihr überhaupt in der Lage seid zu studieren, weil ohne Bioleistungskurs geht es im Prinzip sehr schwer in Medizin und das müsst ihr dann bei diesen Vorkursen machen. Und für diese Vorkurse, da gibt es dann auch wieder sehr stark Anmeldfristen. Oder Österreich zum Beispiel, wenn ihr Medizin in Österreich studieren wollt, da war die Internetanmeldung fürs Wintersemester vom 1. März bis 29. März. Dann musste man bezahlen die ganzen Sachen und dann kann man ja an diesem österreichischen Test mal teilnehmen, den ich viel besser halte als das deutsche System. Der ist am 5. Juli 2019. Da werden ja in ganz Österreich überall alle Turnhallen gemietet und alle machen gleichzeitig den Test. Und dann gibt es die Testergebnisse eben rechtzeitig vor Zulassung zum Studium. Und ja, da seid ihr dann eben auch schon zu spät für dieses Medizingeschichte. Das heißt, wenn ihr also schon wisst, was ihr machen wollt, dann rate ich euch ganz einfach mal, schaut da nach den Fristen. Ist es ein normales Studium, was normal oder die Uni geht? Oder ist das ein Studium, wo ihr schon bei Sport, Eignungsprüfung oder Musik oder müsst ins Ausland gehen, da müsst ihr euch schon ein bisschen sputen und ein bisschen gucken. So, also, also, es ist noch nicht zu spät, aber im Kopf haben, es gibt auch schon oft Fristen zur Anmeldung fürs Studium. Selbst wenn ihr noch gar nicht das Abitur habt und da sollte das Video so ein bisschen helfen, habt ihr es im Kopf, guckt mal nach. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Osterzeit, weil der Kameramann und ich, wir machen jetzt Urlaub und wir kommen dann erst in zehn Tagen wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich werde eine Tour machen, Kathedrale, eine KFE-Tour. Das bedeutet Kathedrale, Fluss und Essen. Ich denke mir, solange die Dinger noch stehen, fahre ich da jetzt hin und fahre dann über Antwerpen, Amiens, Rouen, Mont-Saint-Michel, Rennes, gucke ich mir jetzt die Kathedralen an und bin also dann nach zehn Tagen wieder zurück und werde berichten, wie das war. Architektur ist in jedem Fall ein sehr gutes Studium. Es gibt, glaube ich, auch, da gibt es ein Video hier, fünf Tipps, wenn du Architektur studieren willst. Und das ist, glaube ich, eines der meistgesehenen Videos, die wir haben bei Nichtverzeihung, Peter Frank. Macht's gut, frohes dann! Und das ist, glaube ich,